Du möchtest in Karlsruhe tanzen lernen und kommst aus Karlsruhe? Wunderbar, klasse, topperfekt, sei gegrüßt, hier grüßt dich Sian, Sian Jerome McRae. Und wenn es um das Thema Tanzen lernen im Umkreis Karlsruhe geht, da habe ich eine starke Empfehlung an dich, und zwar die Empfehlung, lerne tanzen über Privatstunden. Wenn Privatstunden für dich eine Lösung sein können und sinnreich sind für dich, dann lass uns über die 0176 840 44 661 in Kontakt kommen und dich tänzerisch weiterbringen. Lass uns starten.